Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel When I Dream aus dem Repost Productions Verlag. Das Ganze ist ein Spiel für 4-10 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 30 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu When I Dream. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung, ein bisschen Werbematerial. Dann gibt es hier einen Spielplan, eine Sanduhr, wir haben hier eine Schlafmaske, wir haben hier ein Bett und darin diese wunderschön illustrierten großen Karten mit jeweils zwei Begriffen darauf. Dann haben wir hier noch die Rollenkarten für die Spieler. Wir haben hier noch ein Teil, was man hier auf das Bett mit draufstecken kann, um einen Begriff zu verdecken, den man momentan eben nicht spielt. Und dann gibt es noch diverse Punktemarker mit dem Wert von 20, von 10. Und dann haben wir hier noch ein paar, ich tue mal nicht alle raus, mit 1 und 5 darauf. Ja, das ist er, der komplette Inhalt dieser Spieleschachtel und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert wie folgt. Ihr stellt diesen Spielplan in die Mitte des Tisches und stellt dann hier das Bett einfach mal hinein. Dann mischt ihr die Karten ein bisschen durch und dreht die auch auf die andere Seite und wendet die, dass einfach andere Begriffe da liegen. Und setzt dann hier dieses Endstück drauf, sodass man nur einen Begriff sehen kann, um den es dann geht. Ein Spieler macht den Träumer, der bekommt diese Schlafmaske zu sich. Und die anderen Spieler, die sind die Spieler, die dem Träumer Sachen einflüstern müssen. Und das sind eben diese Begriffe, die hier stehen, die man eben umschreiben muss. Um dem Spieler klarzumachen, was er ist und ob er lügen soll oder die Wahrheit sagen, dafür gibt es diese Rollenkarten. Und hier muss man sich je nach Spieleranzahl verschiedene Karten rauslegen. So hat man bei vier Spielern zum Beispiel eine Fee, einen Nachtalp und zwei Sandmänner. Die restlichen Karten kommen weg und diese Karten werden dann verdeckt gemischt und zwar von unserem Träumer hier drüben, der dann einfach an jeden Spieler verdeckt eine Karte austeilt, sodass die Spieler wissen, was sie sind. Das dürfen sie den anderen Spielern natürlich nicht sagen, denn dafür bekommen sie Punkte. Wenn sie entsprechend den Träumer dann in die Irre führen, eben die Wahrheit sagen oder hier einen Ausgleich zwischen den beiden Seiten schaffen. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns aber gleich an. Ansonsten legt ihr noch die Punktemarker hier seitlich einfach ab, sodass da jeder Spieler gut rankommt. Und auch die Sandtour stellt ihr hier seitlich ab. Und dann werde ich euch noch kurz die Spielidee vorlesen. Die Nacht ist hereingebrochen und du bist friedlich eingeschlafen. Die perfekte Gelegenheit für Traumgeister, dich zu besuchen und deine Träume zu beeinflussen, zum Guten wie zum Schlechten. Lausche den Stimmen der Feen und hüte dich vor den Nachtalben und Sandmännern. Wirst du dich an deinen Traum erinnern, wenn die Sonne aufgeht? When You Dream ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel für Leute, die so etwas mögen. Hier wird sich ein bisschen die Meinung wahrscheinlich spalten, denn man muss diese Art von Spielen halt mögen. Ansonsten wird es einem keinen Spaß machen. Wenn man sowas aber mag, ist es eigentlich ein richtig cooles Spiel. Also wir haben es an Silvester gespielt zu fünft und wir fanden es eigentlich eine ziemlich coole Nummer. Also uns hat das richtig Spaß gemacht. Und ich möchte euch einfach mal kurz vorstellen, dass ihr euch mal selber eine Meinung darüber bilden könnt, wie das Ganze funktioniert und ob das was für eure Spielegruppe sein könnte. Also, ein Spieler macht den Träumer, der mischt diese Rollenkarten und teilt einfach an jeden Spieler eine Rolle aus. Jetzt ist es so, dass es natürlich vier Rollenkarten gibt, aber nur drei Spieler, die mitspielen. Das heißt, eine Rollenkarte kommt ungesehen mal kurz zur Seite und keiner weiß jetzt, wer nicht mitspielt. Jeder Spieler schaut sich dann für sich an, was er ist. Hier haben wir einen Sandmann, hier haben wir einen Nachtalp und hier drüben haben wir noch einen Sandmann. Das heißt, die Fee ist in diesem Spiel jetzt nicht dabei. Das ist einfach wichtig zu wissen, dass jeder Spieler weiß, was er ist und was er tun muss, um jetzt dem Träumer entsprechend richtige oder irreführende Hinweise zu geben. Denn es gibt zwei Seiten auf diesem Spielplan. Es gibt eine Seite mit den erratenen, richtigen Begriffen und eine Seite mit den nicht richtigen Begriffen. Doch das weiß unser Träumer alles nicht, denn der setzt jetzt erstmal diese Schlafmaske auf, sodass ihm hier schön dunkel wird. Und dann hört er einfach mal zu, was die Mitspieler ihm sagen und überlegt, welche Begriffe sie ihm nennen wollen. Wichtig ist, er hat diese Sanduhr lang Zeit, das sind ungefähr zwei Minuten, um Begriffe zu erraten. Und er weiß nie, ob er richtig geraten hat oder falsch, denn er rät einfach einmal. Dieser eine Begriff, den er sagt, das ist das, was er denkt, was es ist. Und dann legen die Spieler die Karte entweder auf die richtig geraten Seite oder auf die falsch geraten Seite, was der Träumer aber nicht weiß. Er weiß nicht, ob er richtig oder falsch geraten hat und die Spieler sagen auch nichts dazu. Ganz wichtig, sie nehmen einfach, sobald der Träumer etwas gesagt hat, die Karte raus und legen sie ohne Kommentar, ohne alles auf die entsprechende Seite, ob das richtig oder falsch war. Der Träumer hat also keine Ahnung, ob er jetzt hier etwas richtiges gesagt hat oder nicht. Wichtig für den Träumer ist es nur, dass er sich die Begriffe merken sollte, die er genannt hat. Denn daraus muss er am Ende seines Traums eine Geschichte erzählen, also einfach die Begriffe nochmal rezitieren aus dem Gedächtnis. Und das ist uns ehrlich gesagt überhaupt nicht gelungen. Weil man so konzentriert ist auf diese Begriffe, die man hört, dass man sich einfach irgendwie nicht merkt, was man gesagt hat. Also ich hatte da wirklich meine Schwierigkeiten und dann kamen die anderen Spieler dran und die hatten zum Glück auch ihre Schwierigkeiten, das nochmal alles zu nennen. Und ja, warum man das nennen muss, das gibt einfach extra Punkte. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze einfach nochmal kurz genauer an. Es ist wirklich nicht schwer. Der Träumer hat die Schlafmaske auf und der Spieler neben ihm beginnt jetzt einfach, den Begriff, der hier steht, zu umschreiben. Er darf auf keinen Fall den Begriff nennen, nicht in einer anderen Sprache sagen, auch nichts Artverwandtes da zu sagen. Also Känguru und Beuteltier, weiß ich nicht, ist eigentlich das Gleiche. Also man muss es einfach schon ein bisschen umschreiben. Und zwar mit einem einzigen Begriff. Der Spieler, der die Fee spielt, der möchte natürlich, dass der Spieler es auf jeden Fall errät und wird Begriffe nennen, mit denen er vielleicht gut auf diesen Begriff kommt. Der Nachtalp, der wird natürlich schauen, dass er Begriffe nennt, mit denen er auf den falschen Begriff kommt, weil er ja will, dass die Karten auf der Falschseite landen. Und der Sandmann, der schaut bei beiden Spielern oder bei den anderen Spielern, welcher Stapel wie hoch ist, denn der versucht, diese Stapel im Gleichgewicht zu halten, um am Schluss für sich Punkte zu bekommen. Und so geht es jetzt einfach los. Der Spieler dreht die Sandtour um und er nennt den ersten Begriff und sagt Australien, der nächste sagt Tier, der nächste sagt Hüpft. Und das geht reihum, immer weiter, bis der Träumer einen Begriff nennt. Also nicht nur einmal rum, sondern es kann öfters rumgehen, bis einfach der Träumer sagt, okay, ich denke, das ist Känguru. Dann nehmen die Spieler einfach ohne was zu sagen den Begriff raus und legen ihn auf die Seite. Hier auf die richtige Seite, weil er es richtig genannt hat. Und schon geht es direkt weiter mit dem nächsten Begriff. Blut, Transsilvanien, Schloss, Graf. Dann sagt er halt Vampir. Okay, ist richtig. Dann lege ich das gefächert hier drüben hin. Dann haben wir das nächste Halskette. Es geht wieder los. Er sagt Hals, er sagt Schmuck, er sagt Perlen und dann kommt halt Halskette. Ist auch richtig. Kommt auch hier rüber. Dann kommt Kochtopf. Jetzt sagt wieder einer Kochen. Kochen und das darf er eben nicht, weil Kochtopf und Kochen ist ein Begriff, der zusammen vorkommt. Und wenn er es falsch gesagt hat, dann muss er die Karte zu sich nehmen. Die bringt ihm jetzt dann gleich Minuspunkte. Und sofort der nächste Begriff einfach. Dynamit. Er sagt Sprengstoff. Er sagt Bergbau. Und er denkt, ich weiß es und sagt einfach Böller, weil er die kleine Version nimmt. Und jetzt muss man sagen, okay, da steht Dynamit. Böller ist leicht artverwandt. Aber nein, das ist falsch. Und dann wird es eben darüber gelegt. Und so wird es einfach weitergespielt, bis die Sanduhr abgelaufen ist. Sobald die Sanduhr durchgelaufen ist, wird nicht mehr weitergeredet. Aber der Spieler behält noch seine Brille auf. Denn jetzt muss er alle Begriffe, die er genannt hat, er weiß nicht, ob sie richtig oder falsch waren. Er muss alle Begriffe, die er genannt hat, noch einmal nennen. Und das kann man natürlich am besten machen, indem man sich so eine kleine Geschichte überlegt, wo die Begriffe alle drin sind. Also wer das kann mit diesem Gedächtnistraining, der tut sich hier leichter. Ansonsten ist es wirklich schwer, weil man einfach unter der Brille so schön relaxed ist und den Spielern zuhört. Und so relativ schnell vergisst, was man eigentlich davor alles gesagt hatte. Und umso mehr Karten man richtig hatte oder gesagt hat, ob es richtig oder falsch ist, weiß man ja nicht. Umso schwerer wird er sich, an alle zu erinnern. Gut, er nennt also jetzt alles, worüber er denkt, was dabei war. Und alles, was die Spieler hören, was dabei war, drehen sie irgendwie ein bisschen zur Seite, dass man weiß, ob er alles genannt hat. Denn das gibt jetzt gleich Sonderpunkte. Sobald er sagt, ja, mehr weiß ich nicht und ich denke, ich habe alles oder ich weiß wirklich nicht, was da noch war, ich gebe auf, dann darf er die Brille runternehmen. Und jetzt folgt die Punkteverteilung für diese Runde. Und das läuft einfach folgendermaßen. Die Spieler decken auf, was sie sind. Dann gibt es als erstes Punkte für den Träumer selber. Der kriegt für jede erratene Karte, die auf der richtigen Seite liegt, kriegt er einen Punkt. Zusätzliche zwei Punkte bekommt er, wenn er alle Begriffe, die wenigstens auf der gelben Seite lagen, genannt hat. Das heißt, er weiß ja, wie gesagt, unter der Brille nicht, was war richtig, was war falsch. Deswegen muss er einfach alle Begriffe nennen. Waren aber wenigstens alle der gelben Seite dabei, dann kriegt er zwei Punkte als Bonus. Ja, die nimmt man sich dann hier eben entsprechend raus, kann man die derzeit umtauschen. Und jetzt kriegen die anderen Spieler entsprechend ihrer Rolle Punkte. Wer eine Fee war, der kriegt für jede Karte auf der gelben Seite einen Punkt, den er sich nimmt. Der, der ein Nachtalp war, der kriegt einen Punkt für jede Karte, die auf der Falschseite liegt und nimmt sich auch entsprechend die Punkte zu sich. Und dann gibt es eben die Sandmänner, die versuchen müssen, hier ein Gleichgewicht zu schaffen. Und bei denen ist es ein bisschen komplizierter, das steht auch hier irgendwo drauf, wie das gewertet wird. Gibt es einen Gleichstand auf beiden Seiten, also gleich viele richtige wie falsche Karten. Dann bekommt der Sandmann für jede Karte auf der gelben Seite, oder ist ja egal, es sind ja die gleichen Anzahlen, für jede Karte auf einer Seite einen Punkt plus zwei Punkte, weil er diesen Gleichstand hergestellt hat. Gibt es einen Unterschied von einer Karte, das heißt, hier liegen jetzt drei, hier drüben liegen zwei, dann wäre es der Unterschied von einer Karte und dann bekommt er den größeren Stapel jeweils als einen Punkt. Sind es mehr wie zwei Karten Unterschied, dann bekommt er den kleineren Stapel als jeweils einen Punkt. Also in dem Fall wären es zwei und mehr, das heißt, der kleinere Stapel hier wäre eins, das wäre also ein Punkt, den der Sandmann bekommt. Und deswegen muss der Sandmann versuchen, ihm hier ein Gleichgewicht zu schaffen. Ja, und dann geht die Brille eben zum nächsten Spieler weiter, die Karten kommen entweder gleich unten drunter oder aus dem Spiel. Und dann noch kurz die Sonderregel hier mit dem Spieler, der Kochen genannt hat beim Kochtopf. Also wenn einer einen Begriff nennt, der er nicht nennen darf, dann muss er sofort einen Punkt, den er gewonnen hat, wieder abgeben. Und dann kommt die Karte auch wieder weg. Ja, und so geht es eben reihum dann zum nächsten Spieler und die Karten werden wieder neu gemischt von den Rollen, werden wieder verteilt. Die Spieler spielen einfach die nächste Runde. Sollte einem Spieler beim Begriffe erklären mehr als fünf Sekunden lang nichts einfallen, dann kann er sagen, okay, ich passe, dann ist sofort der nächste Spieler dran und darf einen Begriff eben nennen. Sollte der Spieler mit der Traummaske sagen, ich komme nicht drauf, kann auch er sagen, ich passe, dann kommt die Karte weg und auf die blaue Seite für die falsch geratenen Begriffe. Und dann spielt man das Ganze einfach so lange, bis jeder Spieler einmal der Träumer war. Und dann ist eigentlich das Spiel vorbei und jeder zählt einfach die Punkte, die er bis dahin gesammelt hat. Wenn man länger spielen möchte, dann spielt man einfach, bis jeder zweimal der Träumer war. Weil es macht dann wirklich Spaß, wenn man einmal unter dieser Maske ist und sich die Begriffe der anderen Spieler so anhört. Dann ist das wirklich ziemlich cool, dann sich zu überlegen, okay, das könnte das und das sein. Also ich fand das sehr, sehr entspannend und irgendwie ziemlich witziges Spiel. War nach meiner Ansicht nach auch viel zu schnell vorbei bei uns, aber wir wollten noch mehr spielen an diesem Silvesterabend. Und deswegen haben wir nur eine Runde gespielt und die fanden eigentlich dann alle Spieler relativ cool. Also wenn ihr denkt, dass sowas hier etwas für eure Spielgruppe sein könnte, dann schaut es euch mal näher an. Also wir fanden es klasse und vielleicht gefällt es euch ja auch. Das war sie, meine Spielevorstellung von When I Dream aus dem Repost Productions Verlag im deutschen Vertrieb von Asmodee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht's es gut, euer Michael. Bis dahin wünsche ich euch, bis dahin wünsche ich euch, bis dahin wünsche ich euch.